Bevor das Video losgeht, wollte ich noch einmal erwähnen, dass das Video wurde mir quasi geschickt von JFK. Der hat das Video auch selbst auf YouTube hochgeladen. Ich habe das Video halt mega gefeiert und konnte euch das nicht vorenthalten. Schaut auf jeden Fall, wenn euch das Video gefällt, alle mal bitte bei ihm vorbei. Ich habe euch seinen Link zum Video und zum Kanal, habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Haut ihm alle mal ein Abo raus, weil ich schätze mal, wenn er jetzt merkt, er macht viele Abos, dann wird er bestimmt noch mal so ein Video machen und noch mal so ein Video. Also wenn euch das Video gefällt, abonniert ihn, dann kommen davon bestimmt mehr Videos. Viel Spaß mit dem Video. Heyo Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe Abonnenten überarscht. Ich hoffe, der neue überarscht. Das ist kein Original. Ich hoffe, der funktioniert. Beim ersten Test hat er funktioniert, aber ich weiß nicht, wie das dann aussieht, jetzt so im Funktionstest. Auf jeden Fall, ja. Ich fahre nämlich jetzt gerade meine Hure abholen. Die wird dann gef... Das war wahrscheinlich der letzte Gruß, den Lucille bekommen hat dieses Jahr. Der letzte Gruß. Das letzte Mal salutieren vor seinem prächtigen Arsch. Wir haben dieses Jahr viele Kilometer bestritten. Du hast mich nie im Stich gelassen. Ich werde dich ehrenhaft isst, damit du es braucht wirst. Lucille, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Alter ey, das ist... Lucille ist so ein schönes Ding. Ich bin so traurig irgendwie. Traurig und glücklich, dass ich... Sondern, dass Lucille über den Winter missbraucht wird. Ich ziehe hier ein Wunder und äh... Ich baue meine R1 auf R1 um. Nein, nein. Und ich sag nein. Nicht? Okay. Hei. Kein Tropfen auf den Tank. kann man das sexy ding betrachten das ein letztes mal das maschinen betrachten